Herzlich Willkommen bei MrKuno7011. Heute wollen wir mal wieder eine Runde Minigames spielen. Und mit dabei ist der Dyrtsch und die Verena. Hallo. Hallo. Und zwar spielen wir Mario. Mario. Ich muss mal gucken, wer ich bin. Wer bin ich denn? Ach da. Ich bin, glaube ich, Luigi. Ich bin auch Luigi. Ich bin Mario. Ich bin Peach jetzt. Haha. Jetzt bin ich Peach. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier runter. Und dann müssen wir hier, glaube ich, warten hier unten. Ja, wir müssen einfach hier auf dem ganzen Singgelände warten. Wo sind wir? Ich renne da auf dem Schiff rum. Dir, tscho. Ach, du bist da oben. Ich komme zu dir. Hallo. Hallo. Du bist wieder Mario. Ach, da seid ihr. Ja. Du bist mal eine Prinzessin, oder? Ja, ja. Wie, ja, ja. Es geht, glaube ich, gleich los. Jetzt geht's los. Es geht gleich los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und los. Oh. Was müssen wir mal machen? Oh, wir müssen, glaube ich, rennen. Sieht da nah aus. Wir müssen erst mal würfeln. Ach so, ja. Würfeln, dann würfeln, dann darf man vielleicht rennen. Ja. Dann sass du vielleicht rein. Es geht los. Oh, eine zwei. Oh, eine zwei. Ich hab eine zwei. Was denn? Gleich geht's los. Oh, jetzt. Wo sind wir? Oh, was müssen wir denn hier machen? Bin gefangen. So, wir müssen warten. Was kommt denn jetzt? TNT-Runde. Versuche so lange wie möglich mit der Plattform zu stehen und anderen den Weg abzuschneiden. Der Letzte, der oben steht, gewinnt. Ja. Okay. Ach, das fehlt jetzt so alles nach und nach weg, ne? Genau. Genau. Okay, also das heißt, man muss laufen und hüpfen und versuchen nicht in die... Genau. Oh, es geht los. Es geht los. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh, ich bin schon tot. Ach, ich bin auch weg. Scheiße. Wo seid ihr? Da, Asi Verena. Die Kunde Verena ist tot. Da, Asi Verena. Und der Dirge ist, ist er noch im Spiel? Ich bin so glücklich. Das stimmt, der Dirge, immer. Der Dirge ist super Dirge. Super Dirge ist immer im Spiel. Das ist so ein Ding. Ich hab's auch in die eigene Zusammenkarte. Ah, uh. Ah. Ja, aber das fällt runter direkt, weil man drauf stand. Und da bist du jetzt auch tot. Super. Wer hat gewonnen? Ich hab's grad gewonnen. Es sind noch zwei im Rennen. Es sind noch zwei im Rennen. Es sind noch zwei im Rennen. Dritter ist super Dirge. Hey, du bist dritter im Rennen. Das gibt's doch nicht. Geil, geil. Hey, du dritter. Juhu. Aber da läuft noch einer. Da läuft noch einer. Da laufen noch zwei. Da laufen noch zwei. Hier heißt... Ach, zwei noch. Ja, stimmt. Sonst wäre es zu schwarz, wenn es noch einer wäre. Da auch noch. Da kann ich nicht runter. Ich bin zu doof. Ah, der hat alles raus. Oder? Nee. Doch. Jetzt ist er. Yes! Super Dich, ich dritter. Ich hab's geschafft, mein dritter. Jetzt hier wieder. Warte, Schleffe. Captain Buttcake. Auch ein geiler Name, ey. Drei hab ich. Ich hab mal wieder eine Eins gewürfelt. Warte. Experte im Würfeln einfach. Oh, eine Zwei. Ich darf nur noch mal würfeln. Epic Failure HD. Ich kann nix sehen. Obi-Wan. Oh. Bitte kein boser Fell. Boah, das Handy geht endab. Es tut mir leid. Der Telefon stört die Aufnahme. Oh nein. Oh nein, mach's weg. Ich bin ganz allein hier. Mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Töte so viele Spieler wie möglich, um die letzte Waffenstufe zu erreichen und das Spiel zu gewinnen. Okay. Jetzt. Nein, nicht schon wieder. Oh. Was jetzt? Ich hab gar nichts zum Schlagen. Ich auch nicht. Kriegst du auch gleich. Gun Game? Heißt das, man muss schießen? Ich versteck mich irgendwo, ey. Oh, geht schon los. Oh. Oh, ich bin schon weg, ey. Oh. Ich wollte gerade was Böses sagen. Ich seh gar keine. Ich hau mich weg hier. Oh. Ja, ich hab auch das Gefühl, unsichtbare Menschen erschlagen mich. Bleib stehen, du Ratte, du. Komm her. Ich krieg dich. 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 Ha. Zack. Ich hab keinen Buckgate. Ich hab keinen Buckgate. Wieso haben denn manche einen Pfeil? Ich hab gar nichts mehr. Das ist Waffenstufe Gang. Wenn du mit einer Waffe den einen tötest, kriegst du eine neue Waffe. Ach so. Also kriegst du eine Schaufel oder ein anderes Schwert oder sonst irgendwas. Oh, eine Fünf hab ich. Einen Eins. Na. So schlecht. Und los geht's. Obi waren 30. Obi waren Konobi. Sei mein Padua. Wir reden das mal gerade immer. Ja, ja. Redest du wohl gern. Du wolltest von mir oder du wolltest die Lea nicht? Tö, 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 tö. Wettrennen. Es geht darum, als Erster das Ziel zu erreichen. Die Schwammblöcke auf dem Boden verleihen. Die einen Schub nach oben. Nach oben. Oh Gott. Oh. Du Schäse. Oh Gott. Jetzt ist man wieder so crazy schnell unterwegs. Oder? Kann das sein? Oh, jetzt. Ich bleib stehen. Wieso? Kann ich nicht rennen? Ah. Ich bin runtergefallen. Ah. Schon wieder jemand. Geht das schon wieder los hier? Aber ich hab meine Geheimwaffe jetzt. Oh. Tritt sie nicht. Hm. Oh. Ich fall immer gleich runter. Komm gar nicht dazu. zu laufen. Nein. Schon wieder ein Lava. Ist doch nicht wahr. Das ist ja wieder was für mich hier. Ja. Ich schaff es. Ja. Oh. Nee. Mann. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Was für eine Kacke. Schon wieder. Nein. Ich wette, wir hängen an der gleichen Stelle. Oh. Garantiert hängen wir an der gleichen Stelle. So wie du dich anhörst. Das finde ich irgendwie unten. Da ist ein Lava drin. Der Dirt ist schon lange im Ziel. Spiele vorbei. Spiele vorbei. Eine 6 hab ich. 6. Ja. Junge Leute in dieser schnelllebigen Zeit hier. Da guckt man gar nicht schon, es ist Spiel vorbei. Eine 6. 6. Juhu. Was passiert jetzt? Oh. Ich bin los. Scheißbehinderte Leute. Alles klar. Was die schreien, ey. Ja, du der Wichser ohne. Absolviere den Parcours und flüchte vor dem Drachen. Wenn ihr dich einholt, fällst du runter und schreitet aus. Mit der Feder kannst du dir zusätzlich irgendwas verschaffen. Ja, komm. Ach, ich bin da auch tot. Ich bin schon wieder tot. Ich schaue, ich bin oben zu. Wo bin ich denn jetzt? Lauf, lauf. Ach so, ich bin schon tot. Das war ja ein schnelles Spiel. Ich check das mit der Feder gar nicht. Der Drache, der fliegt da rum. Der macht alles kaputt, weißt du? Ich bin schon tot. Na, ich bin wieder runtergefallen. Ach man, wieder an der selben Stelle wie vorhin, Alter. Der Drache, wie er blöd fliegt. Das war zu schnell. Die Runde. Tirtj, bist du noch im Spiel, oder? Nein, ich flieg rum. Du fliegst auch rum. Ich hatte es am Weg stehen. Ich bin hier vorne, wie am Schiff. Ändert Drachen. Das ist einfach die ganze Zeit nur... Oh, ne Eins. Ne Fünf. Ne Drei. Hm. Oh, geht los. Bitte kein Bowserfeld. Bitte kein Bowserfeld. Noch 38 Felder. Bowserfeld. Du wirst vier Felder zurückgesetzt. Wäsch. Ich bin ein Glücksfeld. Freier Fall. Springe in drei Tappen von den Plattformen und versuche, das Wasser am Ende der Map zu treffen. Na, alles klar. Rate, wer das Wasser am Ende der Map nicht erreicht. Freier Fall und los geht's. Allen hinterher einfach. Hui. Ah, ich fall schon wieder so weit. Das ist keine gute Idee. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Die fallen alle so tief runter. Ist das Absicht? Ja. Wo bin ich denn? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Du musst das Wasser treffen. Wasser? Ach, da. Du musst das Wasser treffen. Oh, fast. Du darfst nicht die Gila treffen oder die Flugzeuge oder sonst was. Du darfst das Wasser treffen. Ich hab das Wasser getroffen. Ich fass es nicht. Boah. Verdammt. Aua. Genickbruch. Aua. Genickbruch. Verdammt. Mann, Dirt. Wir sind vorbei. Warum spielen wir denn auch solche Sachen, weißt du? Weil ich lustig ist, Alter. Wer hat gewonnen? Der Caesar-Silot schon wieder. Ach. Eine Fünf. Sechs. Ja. Eine Drei. Ja. Ja. Zuschauer Null. Wo sieht's aus? Kein Mentor. Gamer Jo 96. Das ist halt krass. Oh Mann. Es werden immer weniger Leute hier irgendwie. Aufgeteilt. Bei mir sind es noch 39 Felder. Wo seid ihr? Ich bin auf Feld Null. 20 Felder. 20 Felder. 20 Felder. Ich bin entweit hinten, weil ich die ganze Zeit halt nur... Jetzt hat's halt hier mit dem Laufen. Dreier. Ampel rennen. Ach. Wenn's gelb wird, dann sollte man schon langsam bremsen. Oder wie ist das? Oh, Mist. Oh, Mist. Ach, das war's schon. Die spielen doch auch den ganzen Tag nix anderes, oder? Nur 1 gewürfelt, weißt du? Drei. Ich bin halt gerade, dass ich nicht noch an Feld 1 stehe, so viele 1 gewürfelt. Ist auch keine alte Sau mehr hier um mich rum, sind alle schon endweit weg. Ja, aber jetzt mal ohne Oods, die spielen doch echt den ganzen Tag nix anderes, oder? Ja, ja, schon. Krass, oder? Wenn du so wenig zu tun hast. Naja, Bowserfeld. Du wirst vier Felder zurückgesetzt. Ja, kein Problem, ich bin gleich wieder beim Start. Noch 38 Felder. Wolkenquiz, oh nee, nicht das Wolkenquiz. Ich bin auf... Leute, ich bin echt auf Feld 9, ich bin die allerletzte. Was müssen wir hier machen? Komm, du kannst jetzt fragen, da musst du raten, wo das ist, ob 1, 2 oder 3. Wie heißt die neuste Cola-Sorte? Ich hab keine Ahnung. Soll ich wissen, wie die heißt da? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Achso, man muss da rüberlaufen, auf dieses Podest, oder wie muss man, was muss man da machen? Ich hab keine Plattform und da musst du gucken. Achso. Was haben wir denn, was hat er gesagt? Ja, warte, ich versuch mal vorzulesen. Deine Zeit ist abgelaufen. Okay, okay. Du musst so viel schneller werden. Ach, ich bin so ne alte Frau. Frage 3, längster Fluss der Welt. Der Niel, natürlich. Noch vier Sekunden Zeit, äh, ja. Was soll ich machen? So wird Zeit auf diese gelbe Platte gehen. Ah, richtig gewählt, ja, alles klar. Sieht so Druckplatte aus hier, mit dem Niel und so. Frage 4, wie viele Blöcke hält ein Redstone-Signal ohne, ohne Dittingsbums 3, oder? 13. Ich hab, ich hab keine Ahnung. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. War falsch. Ja. Hä, hab ich Wort stand da? Von wem stand der Spruch, ich bin ein Berliner? Na, von John F. Kennedy, oder? Tippo! Richtig gewählt. Eine Wahl war weise. Er sagt es noch mal in welchem Film. Ähm, welcher der folgenden Rage-Mobs hat die geringste... Keine Ahnung, konntest nicht lesen. Keine Ahnung. Ich sag dir alle. Irgendwas. Zeit ist abgelaufen. Super. Redner-Entity-Man. Hüpft rum, statt die Frage zu beantworten. Ich hab auch so glücklich keine Frage beantwortet, wie richtig... Ach, ich bin auf Feld 9. Auf Feld 9, hey. Zwei. Vier. Du hast eine 4 gewürfelt. Bin auf Feld 26. Ich sag dir gleich, welches Fall ich bin. Besuch uns auf dem Sytoxien-Team-Speak und werde Teil der Community. Noch 12 Felder, dann hab ich's geschafft, oder? Ah. Was muss man jetzt mal? Ein Bowser-Feld, ja, leck mich doch am Arsch. Du wirst zwei Felder zurückgesetzt. Das wird gespielt. Ohohoho. Ich find keine Truhe. Ich auch nicht. Oh, hier sind dunkel. Mini-Survival-Games. Ich find keine Truhe. Doch, da ist eine. Oh, leer. Schon leergeräumt. Ja, die sind halt alle schon leer, oder? Verdammt. Oh, los geht's. Und ich hab keine Waffe. Ja, super. Ich auch nicht. Bin tot. Aber wie im Grunde. Oh, nein. Ey, hau ab. Oh. 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 Robi-Wahn ist noch im Rennen. Robi-Wahn. Das ist super, dirtsch. Aber man sieht gar nicht, dass du noch drin bist. Bin nicht mehr drin. Ich bin, ich flieg da oben rum. Achso, weil die Liste, die zeigt nicht alle Spieler an. Ja, alles klar. Ich hatte Rüstung und Schwert und sowas, aber es hat mir trotzdem nichts gebracht. Ich hab gar nichts gehabt. Ich hatte Rüstung und Schwert, aber trotzdem nichts gebracht. Es sind zwei Leute auf mich eingeschlagen. Die Kisten, die ich gefunden habe, die waren leer. Hm. Ich mein, schon leer geschnort. Ja. Geh schnort. Kuno, ich komm mal zu dir, weißt du? Hier. Ach, ja. Hallo. Kuno. Hi, ich bin's, die Peach. Ich bin's, so ab abfacke. Ey, ich bin der Mario, ich bin der Boss. Ich gehe gleich wieder auf meinen... Es, Leute, es ist jetzt ein bisschen peinlich, wenn ich das sage, aber es hat echt jetzt lange gedauert, bis ich kapiert habe, dass wir überhaupt auf so einem Spielfeld spielen. Ich dachte mir immer so, warum fliegen wir in die Luft? Dann landen wir wieder, dann müssen wir mal warten, dann fliegen wir wieder in die Luft. Ich hab's gar nicht kapiert, ey. Ach, geil. Ach, wie geil. So. Naja, aber ich stehe ja dazu. Ich stehe ja dazu. So. Feld elf. Yeah. Oh, eine zwei. Und zack, aufs Bowser-Feld und fünf Felder zurück, oder? Ja, ich wette, ich komme wieder aufs Bowser-Feld, garantiert. Oh, Mann, ich hab schon wieder eine Eins, also. Oh, 30 hab ich. Oh. Fertig. Deiner hat gebogen. Ach, was. Oh, was ist denn hier los? Ding ist fertig, ja. Und wenn die Leute verlassen, die verlassen jetzt alle das Spiel. Gut, Leute, das war eine Runde Minigames. Und zwar Mario. Mit der Verena und mit dem Dirtz. Juhu. Ein super Pro-Gamer. Und zwar ne Vedatoren. Vielen Dank.